Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Heute möchte ich euch einfach mal Danke sagen dafür, dass ihr euch immer meine Videos anschaut und liked, meine Videos kommentiert und mir hilfreiche Tipps gebt. Danke für die zahlreichen Einkäufe in meinem Online-Shop, danke für die Nachrichten, die mich aus der ganzen Welt erreichen. All das motiviert mich besser zu werden und meinem Hobby weiterzumachen. Dankeschön. Und jetzt möchte ich jemandem danken, der mir damals, als ich neu angefangen habe mit der Pilzsucht, sehr geholfen hat mit seinen Videos. Pilzonkel 67 Wenn man mit der Pilzsucht anfangen möchte, hat man erst einmal 1000 Fragen, die ich natürlich auch hatte. Aber dank den Videos von Pilzonkel erschien mir alles viel einfacher. Er ist jemand, der sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Es ist nämlich gar nicht so einfach, im deutschsprachigen Raum einen Kanal zu finden, wo es nicht nur um fertige Pilzsucht-Sets geht, sondern die Pilzsucht im Detail. Umso glücklicher war ich, den Pilzonkel gefunden zu haben. Dankeschön, Pilzonkel. Wir, die Pilzsüchter in Deutschland, sind leider nur eine kleine Gruppe, die hoffentlich immer größer wird. Genau aus diesem Grund finde ich es sehr wichtig, dass es solche Kanäle wie die vom Pilzonkel gibt. Vor kurzem hat er gesagt, dass er das Thema YouTube erst einmal pausieren möchte. Ich hoffe, dass er weitermacht. Vielleicht können wir gemeinsam ihn auch umstimmen, weiterzumachen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal von Pilzonkel besucht. Abonniert, die Videos liked, die Videos kommentiert. In der Videobeschreibung ist der Link zu seinem Kanal. Dankeschön für alles. Danke schön. Danke. Danke.